Herzlich Willkommen zur letzten der drei Sessions TIG Online. Heute zum Thema Elektrotechnik, Elektronik Grundlagen. In den nächsten 20 bis 30 Minuten wird mein Kollege Olga Laag und ich, mein Name ist Markus Mann, Ihnen die Grundlagenboards der Elektrotechnik vorführen und zeigen. Sie können wie bei allen anderen Sessions heute Fragen in den Chat stellen. Die werden auch, wenn nicht gleich beantwortet, dann im Nachgang bearbeitet durch unser Team im Hintergrund und wir versuchen jetzt mal einfach alle Fragen vorab zu klären. Die Schwerpunkte in der Ausbildung sind relativ weitaus weit gefächert, aber an der Elektronik und an den Grundlagen der Elektronik und Elektrotechnik kommt eigentlich im technischen Bereich keiner vorbei. Was haben wir hier im Programm an Lernlösungen? Wir bieten hier ein modulares individuell zusammenstellbares System an für unterschiedliche Lernlösungen in der Elektrotechnik Elektronik. Wir haben auch schon verschiedene Trainingspakete zusammengestellt. Als erstes haben wir hier das Trainingspaket TP 1010, bestehend aus unserem Kombiboard mit integriertem Netzteil, in dem alle benötigten Spannungssignale zur Verfügung stehen und einem dazugehörigen Bauteile-Satz, bestehend aus unterschiedlichen Widerständen, Kondensatoren und so weiter, für die Themen Gleichstromtechnik und Wechselstromtechnik. Als nächstes haben wir hier das Trainingspaket TP 1011, bestehend aus einem Universalsteckfeld, damit wir auch eine höhere Packungssichte bekommen und einem externen Netzteil, identisch zu dem Netzteil, wie in dem Kombiboard drin ist. Und einen Bauteile-Satz, der zum vorigen Bauteile-Satz ergänzt ist durch Transistoren, Dioden, Hyrestoren, Triax und so weiter. Mit diesem Trainingspaket vermitteln wir die Themen Gleichstromtechnik, Wechselstromtechnik, Halbleiber-Bauelemente und Grundschaltung der Elektronik. Als nächstes haben wir hier zwei Trainingspakete. Einmal das Trainingspaket TP 1012, das heißt für die Digitaltechnik, und TP 1013 für die Regelungstechnik. Basis für beide Trainingspakete ist hier ein Grundlagenkombiboard für die Regelungstechnik und Digitaltechnik mit den notwendigen Spannungssignalen für diese zwei Themen. Einfach aus Budgetgründen, dass wir hier günstiger fahren können. Der Bauteile-Satz der Digitaltechnik besteht hier aus den üblichen Bausteinen wie und oder Glieder, Flip-Flops und so weiter für die Grundlagenversuche der Digitaltechnik. Der Bauteile-Satz für die Regelungstechnik besteht aus verschiedenen Reglern, PID, PT1-Strecke, PT2-Strecke. Diese Bauteile von der Digitaltechnik und der Regelungstechnik können wir auch auf diesem Universalsteckfeld nutzen. Auch hier im Netzteil, im separaten Netzteil, sind alle Spannungsversorgungen enthalten, die wir für die Digital- und Regelungstechnik brauchen. Sprichst du gerade die Regelungstechnik an, speziell die Regelstrecken, die Regler, haben wir auch Regler, Regelstrecken im Angebot. Wir haben hier auch noch reelle Regelstrecken. Einmal eine Frühstandsregelstrecke, Lichttemperaturregelstrecke, Motorgenerator und eine Positionierung mit einer schönen kleinen Linearachse. Ich sehe hier in der Schublade noch mehr Bauteilsätze. Für welche Themengebiete sind denn die? Genau, das sind unsere Erweiterungsbauteilsätze für das TP1011, Grundlagen der Elektrotechnik, Elektronik. Einmal hier das Trainingspaket TP1022 für das Thema Installationstechnik und Relais-Technik. Für die Installationstechnik haben wir hier Wechselschalter, Kreuzschalter, ein paar Lämpchen drauf und für die Relais-Technik natürlich einige Relais, Taster, Lämpchen, Sicherung. Als nächstes haben wir für das Thema Optoelektronik hier ein Bauteilsatz TP1023 mit verschiedenen Fotodioden, Fotowiderstände, Lichtwellenleiter. Dann haben wir weiterhin ein kleines Trainingspaket TP1024 mit zwei Operationsverstärkern für die Analogtechnik. Und zum Schluss haben wir noch einen Bauteilsatz für die Kfz-Mechatronik, bestehend auch aus den typischen Kfz-typischen Bauteilen wie ein Schlüsselschalter, Kfz-Sicherungen, Relais und so weiter. Sehr schön. Wenn man die Bausteine anschaut, die sehen deutlich anders aus wie das, was ich in meiner Ausbildung hatte. Was sind die Vorzüge von der Ausführung, wie wir sie jetzt hier bei der Festodidaktik haben, gegenüber den Alten, die ich noch aus der Ausbildung kenne? Also wie bei Festodidaktik, wir haben einmal die Abgriffe von hier oben, das heißt wir können Bausteine aufeinander stecken. Wichtiger ist noch, dass wir direkt von oben an den Bauteilen messen können. Natürlich auch eine Klarsichthülle, dass wir innen die Elektronikbauteile sehen. Und zum Schluss, ganz wichtig, eine komplett berührungssichere Hülse, sodass wir auch bei ausversehentlichen Fehlschalten komplette Berührungssicherheit haben. Oder wie viele von Ihnen wissen, diese 19 mm passen optimal in eine Steckdose rein. Dieser Fehler kann uns nicht passieren. Das heißt, wir haben hier vollständigen Schutz auch bei versehentlichen Fehlschalten. Was natürlich nicht ausschließt, dass die Bauteile kaputt gehen. Im Betrieb oder bei Fehlbeschaltung. Muss ich dann den kompletten Satz neu kaufen oder die Bauteile oder was mache ich mit einem defekten Bauteil? Also da haben wir auch eine Möglichkeit. Wir haben hier schon mal was vorbereitet mit einem Schraubendreher, sind unsere Bauteile relativ einfach zu öffnen. Wir können die auseinander bauen. Das heißt, das defekte Elektronikbauteil auslöten, ein neues wieder einlöten, das Bauteil wieder zusammensetzen und weiterverwenden. Das führt sich direkt zu der nächsten Frage, wenn ich ein eigenes Projekt gestalten will und der entsprechende Baustein, den ich dafür brauche, nicht im Portfolio drin ist. Im Setup gibt es ja bestimmt die Möglichkeit, eigene Bausteine zu kreieren. Wir haben zwei Leergehäuse, die nicht bedruckt sind, aber bestückt werden können, individuell mit Ihren Elektronikbauteilen, die Sie für Ihre eigenen Projekte brauchen. Einmal einen zweipoligen und einmal einen dreipoligen Bauteile-Satz. Somit steht hier jeder Wunsch offen, eigene Projekte zu realisieren. Apropos Projekte und eigene Ideen. Es gibt ja bestimmt auch komplette Lernlösungen, Aufgabensätze und didaktische Konzepte, die es jetzt hier von der Didaktik schon vorgefertigt gibt, um die Kurse durchzuführen. Wir haben einmal ganz konventionell unsere Aufgaben in Arbeitsbüchern in Papierform und mit Datenträger mitgeliefert oder identisch diese Aufgabensätze über unser Lernportal LX oder auch unsere Kurse über unser Tech-to-Screen, auch über unser Lernportal LX. Und natürlich sind alle diese Elektronikbauteile in FluidSIM Elektrotechnik in der Bauteilebibliothek enthalten und auch die Aufgaben schon als Lösung hinterlegt. Somit können die Lernenden alle Aufgaben auch in FluidSIM aufbauen, gestalten und natürlich auch simulieren. In der Kfz-Technik für den Bauteileersatz TP 1025 sind wir mit den Aufgabensätzen oder mit den Lerninhalten einen anderen Weg gegangen. Da bilden wir die Bauteile oder die Lerninhalte über FluidSIM ab. In FluidSIM ist umfangreiches Lernmaterial. Das Lernmaterial wurde um Lernszenarien der Kraftfahrzeugtechnik aus dem Lernfeld 3, Funktionsstörungen, Identifizieren und Beseitigen erweitert, die direkt im Unterricht verwendet werden können. Jedes Lernszenario ist handlungsorientiert aufgebaut. Zunächst erfolgt eine praxisnahe Problembeschreibung und anschließend auf das Problem zugeschnittenen Theorie-Teil sowie Übungen. Anschließend wird das Erlernte bei einer Diagnose einem fehlerhaften Schaltplan angewendet und der Fehler unter anderem mithilfe der virtuellen Messgeräte analysiert und beseitigt. Die Aufgabenstellung erfolgt also über FluidSIM. Parallel können diese Schaltungen natürlich auch in FluidSIM simuliert werden. Jetzt stellt sich für viele unserer Kunden die Frage, wie das mit den WBITs aussieht. Wir hatten ja früher diese Web-Based Trainings. Wie gehen wir mit denen um? Die meisten, fast alle WBITs wurden bei uns schon umgewandelt auf HTML und stehen auf unserem Lernportal LX zur Verfügung. Weitere WBITs folgen kontinuierlich. Jetzt hast du gerade erwähnt, dass in der KFZ-Technik wir in FluidSIM Fehler finden können, Fehler einbauen, Fehler suchen. Jetzt heißt es im Lernfeld drei Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen. Geht es jetzt nur virtuell oder können wir das in der Hardware auch? Wenn ja, wie? Nein, auch bei den Bauteilen der KFZ-Technik, der KFZ-Nechatronik, haben wir in den Bauteilen Fehlerschalter eingebaut, die von außen auch mit einem Schraubendreher geschaltet werden können und damit dementsprechend aktiviert werden können. Somit können wir in Schaltungen, Hardware-Schaltungen Fehler einbauen, die dann messtechnisch befunden werden müssen. Jetzt haben wir eine Frage aus dem Chat. Die Hardware ist relativ umfangreich. Wie sieht es mit Aufbewahrungssystemen und Transportmöglichkeiten aus? Wäre ich auch noch drauf gekommen, haben wir hier einmal unsere Möbelsysteme. Systeme mit verschiedenen Schränken, die wahrscheinlich auch bekannt sind. Hier zum Beispiel der Schrank für die A4-Systeme, die verstaut werden können. Oder für den Transport haben wir hier eine stabile Transportbox. Entweder nur zum Aufbewahren oder auch zum Transportieren, wo hier dann diese A4-Platten eingesteckt werden können. Dankeschön.